Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 15. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 331 und ich habe heute die folgenden Themen für euch mitgebracht. Stephen Hawking, Banker, Microsoft To Do, DoubleClick, Meilenstein, Fernbusse, Refurbished und Apple TV. Zuallererst, gestern Morgen, zumindest die News durchgedrungen, ist leider Stephen Hawking verschieden. Ein, ja, wie soll ich sagen, riesiger, riesiger Mensch mit ganz viel Charisma und vor allem mit einem extremen Know-how und im physischen Bereich oder im astronomischen Bereich besser gesagt. Einfach, ja, eine Grösse. Schade, schade. Aber irgendwann ist es leider immer so weit. Dann geht es weiter mit den Bankern, denn die haben langsam wirklich Schiss von Amazon und Co. Denn Amazon als Beispiel vergibt langsam oder immer mehr Kredite, zumindest in den Staaten ganz stark und auch in anderen Ländern, wo sie den ganzen einzelnen Herstellern Möglichkeit geben, Kredite zu oder einen gewissen Geldbetrag vorzuschießen, damit die ihre Stelle wieder füllen können, sodass sie logischerweise nachher wieder über Amazon verkaufen können. Und das Ganze will und soll sich anscheinend über die nächste Zeit auch ausweiten für den Endkunden. Ich finde das extrem spannend, wie eben die ganzen Tech-Grössen wie Amazon, Apple, Google und Co., Samsung etc. da richtig vorwärts machen und innovative Dinge zeigen und auf den Markt bringen und ja, wie langsam die Banken ins Schwitzen kommen. Natürlich haben die noch, vor allem hier in der Schweiz, ein großes Standing und ein extremes Vertrauen in der Bevölkerung. Aber eben, irgendwann kippt auch das eventuell, außer die Banken wachen endlich auf. Die beliebte Microsoft-To-Do-App, beliebt sage ich aus eigener Erfahrung oder aus eigener Geschichte, denn ich nutze die gerne, die hat auf Android zumindest ein schönes Update bekommen. Neu kann man in die App hinein oder in die einzelnen Tasks hinein Hashtags machen und somit die einzelnen Tasks schöner und besser kategorisieren. Sehr praktische, zusätzliche Funktion. Und das Zweite ist, da wo man aktuell sich drauf befindet, also auf diesem Task, wo man aktuell ist, das Ganze wird in fetterer Schrift dargestellt. Rein optisch ist es eine visuelle Hervorhebung und mit ziemlich angenehmer damit zu arbeiten. Ich freue mich schon, wenn das Ganze auf iOS kommt und habe auf meinen ganzen Android-Devices die App, oder das Update besser gesagt, schon installiert und nutze es auch gerne und fleissig. Ein Meilenstein bei macOS. Zumindest, wenn man laut Computerworld oder der Computerworld und NetApplications den ganzen Statistiken vertrauen mag. Die machen ja jeden Monat Auswertungen von Geräten, die auf gewisse Webseiten zugreifen. Und dabei ist der Apple, also Apple mit macOS, das erste Mal bei 10% gelandet. Das heisst, es ist ein rechter Anstieg von 9,4% im letzten Jahr auf dieses Jahr. Aber wenn man so die Zahlen, die in den letzten Monaten immer wieder rumgegangen sind, verfolgt, ist das auch kein Wunder. Denn PC-Verkäufe sind eher rückläufig, immer wieder mal hoch und tief, aber grundsätzlich eher rückläufig. Und beim Mac geht es nach wie vor vorwärts mit dem Desktop-Rechnen. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist DoubleClick. Kennt ihr eventuell nicht von diesem Namen her, aber dabei geht es um das Ad-System und das Werbesystem von Google. Wenn ihr irgendwelche Werbungen, Banner auf gewissen Seiten seht, ist das vielfach gespiesen aus Google-Hausen. Und das hat gestern ein bisschen Probleme gehabt und somit nicht mehr ausgeliefert und somit hatten einige Plattformen, die zum Teil oder komplett auf die Angebote eben von Google setzen für die vermarktende Webseite, einboosten, was das anbelangt. Da sieht man wieder mal, wie stark abhängig man sein kann und wenn da mal was nicht funktioniert, ist es dann ziemlich doof, wenn es nicht mehr da ist. Gehen wir über zu Fernbusse. Die deutschen Hörer kennen den sicherlich, denn da sind die grünen Busse schon fleißig unterwegs. In Österreich bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch da rumkurven. In der Schweiz ist man ja schon seit gefühlter Ewigkeit am Kämpfen, um reinzukommen. Mittlerweile hat man die Strecken und alles und wollte eigentlich starten. Doch die Indexierung, sprich die Möglichkeit, dass das Halbtax und das Gea für alle deutschen und österreichischen Hörer Halbtax ist, wenn man das Abo hat, zahlt man nur den halben Preis für ein Billet. Wenn man das Gea hat, das Generalabonnement, dann kann man kostenlos fahren. Also natürlich das Gea vorab zu kaufen, man hat. Aber nachher kann man eben kostenlos oder ohne Billet sich zu kaufen, mein Gott, jetzt geht es, in der Schweiz rumkurven. Und damit das Ganze stimmig ist und man auch mit Fernbus, mit Gea und Halbtax fahren kann, hat man das Ganze jetzt verschoben und statt Ende diesen Monats geht es dann im Juni los. Ab dann, wenn eben auch die Möglichkeit besteht, dass die Kunden so gehen können. Da ich ein Besitzer eines Generalabonnements bin, aber eigentlich ein großer Fan von ÖV bin, eher Zug und Bus und nicht unbedingt solche Möglichkeiten, werde ich es mir dennoch sehr wahrscheinlich mal ein bisschen anschauen. Mal schauen. Ich muss mich noch überwinden, da den Knopf zum Bestellen zu drücken. Mal schauen. Dann gibt es wieder mal neue Marktforschungen. Und dabei wollte man auf den Grund gehen. Im letzten Jahr war das erste Mal, dass der Smartphone-Markt geschrumpft ist und nicht gestiegen ist wie in den letzten Jahren. Und das führen zumindest eben die neuesten Studien darauf zurück, dass man immer mehr Refurbished-Geräte in den Umlauf bringt. Und da ist vor allem zwei Hersteller ganz mit vorne dabei. Und das ist zum einen Apple und Samsung. Aber die Verteilung zwischen den beiden ist nochmals ganz extrem. Das ziemlich alles ist bei Apple. Und der kleiner Anteil geht nur bei Samsung. Es geht um die High-End-Geräte, die eben später oder nach ein, zwei Jahren wieder in den Verkauf gehen und dann jeweils halt wieder nicht direkt verkauft werden, sondern zurückgegeben werden an Apple und an Samsung als Anzahlung für das neue Gerät. Und die Hersteller werten die Geräte wieder auf und verkaufen es wieder. Und darauf führt man eben diesen Smartphone-Verkauf-Rückzug zurück. Das wird auch in nächster Zeit so weitergehen. Denn verstehe ich auch, nicht jeder braucht so ein tolles Ultra-High-End-Gerät. Und man kann heute auch mit einem zwei, drei oder vielleicht vier Jahre alten Smartphone noch gut rumhantieren. Zumindest wenn das zu diesen Smartphones gehört, welche auch noch Updates erhalten. Und da fliegen auch schon wieder viele raus. Wir gehen noch zu zwei Apple-Pay-Themen üben. Das eine ist eine Ankündigung oder weshalb eine Umsetzung. Seit Anfang der Woche oder seit Dienstag dieser Woche hat es neue Partnerbanken, zumindest für Italien und Russland, sieben an der Zahl, die damit dazugekommen sind. Und liebe Schweizer Banken, nehmt euch mal ein Beispiel. Das wäre doch auch mal was für euch. Und das zweite geht in ein Gerücht über. Denn die neuesten Gerüchte besagen ja, dass am 20. März Neuigkeiten und eine Pressekonferenz von Apple angesagt ist. Man munkelt ja, oder man munkelt. Man weiss, dass im Frühjahr das Ladegerät kommt und vielleicht noch das eine oder andere. Man wird es sehen. Auf jeden Fall geht man auch davon aus, dass ab dem 20. März dann auch die Niederland, also sprich Holland, bei Apple Pay mit dabei sind. Somit wäre Deutschland und Österreich mittlerweile bald schon ziemlich stark umzingelt. Und für euch wäre es sicherlich auch schön, wenn ihr das endlich mal bekommen könntet. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Auch wünsche ich euch und drücke euch die Daumen, dass ihr einen schönen und noch vor allem einen erfolgreichen Tag habt. Und freue mich, wenn wir uns morgen zum letzten Mal diese Woche wieder hören, am Freitag. In diesem Sinne, euch einen schönen Donnerstag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.